Hier präsentieren wir die 5 besten Handstaubsaugertests. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Dyson V6-Dreichgerbeutel und kabelloser Handstaubsauger. Vom Hersteller Dyson wir Sie gerne zu einem anderen schnurlosen Handstaubsauger einzuführen, das durch eine speziell hervorragende handwerkliche Qualität auszeichnen, sowie verschiedene Funktionen. Mit dem Dyson V6-Dreichger Handstaubsauger profitieren Sie von einer vernünftigen Version, die eine Kombination sowie Fugendese hat. Weiterhin wird keine Tasche für die hier genutzt. Der Hersteller Dyson auf der bekannten Zyklon-Technologie zählt integriert, sowie ebenfalls eine moderne Lithium-Ionen-Batterie, die eine maximale Leistung gewährleistet. Vor allem auf verschiedene andere Modelle an dieser Keckliste gegenüber, Sie als Benutzer kann folglich erwarten eine viel schnellere Abrechnungszeit und auch eine auch den Stromverbrauch. Nummer 4 Dyson V6 Cordfrey Extra Staubsauger Der renommierte Hersteller und auch Erneuerer der Zyklon-Technologie Dyson liefert mit der Version V6 ein etwas anders gemacht Staubsauger, die mit einem Akku gerüstet ist und verwenden eine große Saugleistung. Das zwar ein 1-Tor ist mit Abstand einer der einer der teuersten Designs, aber ebenfalls punktet mit seiner heutigen Technologie und ohne auf Akin-Funktionen. Der Dyson V6 ist ein Handstaubsauger, die Verwendung von der Decke bis zum Boden durchgeführt werden kann und auch bietet somit eine viel breitere Palette von Anwendungen als die anderen Entwürfe von diesem Gegensatz. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere List Nummer 3 Black Plus Decker Lithium Dust Buster DVJ 315J Das batteriebetriebene tragbare Vakuum-Schwarz Plus Decker Lithium Dust Buster stellt auch sicher, speziell hohe Gaslaufleistung. Dieser Entwurf bietet die Kyklonik-Aktion Innovationen, die von einer konstant hohen Saugleistung immer profitieren. Der Handstaubsauger, mit einem 10,8 V gerüstet, gibt denn keine Gelegenheit, Schmutz und kann mit einem vollständig aufgeladenen Akku für bis zu 15 Minuten verwendet werden. Vielen Dank an die EcoSmart-Technologie, können Sie auch sicherstellen, dass das Werkzeug überschaltet automatisch auf die Strömungsladung, wenn sie voll in Rechnung gestellt. Dies wird sicherlich die Batteriezellen in langfristig sichern, sodass Sie die Verwendung des Staubsauger für einen langen Zeitraum machen. Nummer 2 Philips Eco FC 6148-01 Akkusauger Zu den wirksamsten Handstaubsauger in unserem Vergleich ist ebenfalls ein Modell der Markenhersteller Philips. Das Werkzeug Philips Eco FC 6148-01 zeichnet mit einer 100W-Leistung und auch eine 10,8 V-Leonen-Batterie hat. Wenn Sie völlig die Batterie in Rechnung gestellt haben, können Sie es verwenden, für bis zu 9 Minuten bei der höchsten Leistungsgrad. Es ist auch äußerst faszinierend, dass die Philips Eco FC 6148-01 Handstaubsauger nicht einen Beutel benötigt. Der Hersteller setzt auf ein zweistufiges Filtersystem sowie eine abnehmbare kümmern uns um. So können Sie zusätzlich schnell loswerdende Düse erhalten und auch mit einem neuen Essay ausstatten, die eigentlich praktisch ist. Und die Nummer 1 unserer Liste Holif 036 BW Handstaubsauger Akkustaubsauger Ein besonders kompakter Handstaubsauger, die viele großen Zeugnisse auf Amazon bekommen könnten, ist ein GuardCAD vom Anbieter Holife. Die Version Holife Generation in 036 Funktionen, eine 100W-Batterie und der Zyklon Renovationen, die beste Saugleistung in Technik sicherstellt. Mit diesem Gerät sind nur unter nicht drahtlos eine Reise, aber auch eine effektive Batterie, die eine schnelle Abrechnung unterstützt. Eine einzigartige Funktion ist das feuchte als auch vollständig trocken Vakuum-System des Holife Handstaubsauger. Sie gewinnen auch aus einer Schnellladefunktion, die Sie voll in Rechnung stellt, den Staubsauger in nur 3 bis 5 Stunden ermöglicht. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.